So gut! Warum hältst du? Warum hast du die auch ausgesucht? Alter! Stimmt! 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 Wer liegt unten und stimmt! Wer liegt unten und stimmt! Oh! Geil! Das sind Freunde! Frist du, komm! Frist du Schrampe! Leck den Pimmel! Ja, Lutz! Du Sau! Nimm den Arm weg! Wer hält seinen anderen Arm fest? Wer trainiert? Ich nicht! Ich geh nur abbeißen! Lutz! Den! Rettel! Den dreckigen Mittelrättel! Los! Ins Gesicht! Wollen wir aufhören oder willst du weitermachen? Was? Ein geiler Einwurf mit dem Ding! Ja, in die Tür ist so geil! Ich hab dich! Vergewaltig! Rapping! Rapping! Rapping Bassas! Ja! Ich hab's geschafft! Er war in seinem Gesicht! Jetzt in den Arsch! Ja, wir haben halt nicht mitgenommen. Du hast meine Hose geholt, du hast echt gewöhnt. Ich hatte Nasenbluten, Ohrenbluten und Lippenbluten, wobei er war denn nicht haarig. Du bist echt unschlau liebster Wundern. Lass doch mal die Augen jetzt so aufbeißen, ja? Den will ich fliegen sehen. Das macht man nicht. Nichts mal unterfreuen! Er blutet evil, seine Elm behucken. So geil. Ich hab nur noch einen Frucht gewöhnen lassen. Ich pass drauf auf! Au! Au, meine Eier! Wie hat er den Schritt gehabt? Ich hab deine Eier! Ich komm raus! Nein! So kommst du mich! Ha! Ha! Du steckl deinen Kopf in dein Schwein! Ha! 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 Ihr habt schon fast vier Minuten gerüstelt. Gut, dass ich die meiste Zeit nicht hier bin, sonst würden die es mit mir auch machen. Backe Backe Kuchen! Gewonnen! So geil! Gewonnen! Und nun stehen festen Hosen im Arsch festen Eier, gucken raus!